Ähm, natürlich, wenn du nicht so einen pathetischen Wurm weißt, würde dieser Kugel ein bisschen mehr Bisschen haben. Aber egal, Teehee, ziemlich charmant. Rief, dance, dance with your partner, swingin' the axe and maize, rough and tumbled, despise of life and death, don't you understand? Do you want to die like a farmer? Your manners are a credit to your upbringing, but there is no need to be so formal. This is a dance, bandit. If you want to dance, just pick a partner and start swinging. And if you want me to be your partner, go ahead, you're the guest, you make the first move. Oh je. Das heißt, ich muss die ganzen Leute auch irgendwie... Korean disease resistance. Dann brauche ich eigentlich gar nicht. Oh je. Na, dann muss ich hier wohl wirklich aufräumen, ne? Weil den ist es irgendwie... egal. Ich bin schon wieder überladen. 390! Okay. Frost Damage. Okay, habe ich irgendwas gegen Frost Damage? Restore Fatigue. Silence. Licht. Willpower. Speed. Ausdauer. Bringt mir sowas etwas? Okay, dann machen wir dich ja mit dem Bogen platt, wenn das so nicht funktioniert. Okay. Und zurück auf das Schwert. Hm. Zurück zum Schwert. Ich bin natürlich immer noch überladen. Ist klar. Äh, wie kann man die Dinger wieder abstellen? Ist das ein Bug irgendwie, dass das, dass diese Teile einfach nicht mehr... oder muss ich da jetzt wirklich einen Tank für nehmen? Habe ich sowas wie... Restore Strength oder sowas? Ich glaube, da habe ich das letzte Mal auch schon geschaut, ne? Dass ich sowas nicht habe. Restore Speed. Restore Willpower. Restore Absorption. Äh. Was macht man das? Habe ich noch nie genommen. Bringt nix. Ich glaube, wir machen den ganzen Spaß hin. Deswegen nochmal. Ausdauer. Persönlichkeit. Willenskraft. Das bringt für uns ja auch nix. Natürlich nicht. Hm. Geschwindigkeit, Willenskraft, Gesundheit. Ne. So. Load. Dann machen wir doch nochmal ein Ladezimmer. So. Ein Lade-Dingens. So. Ein Lade-Dingens. So. Miau. Erzähl mir was über den Hintergrund. Erzähl mir was über Dance. They play rough. Okay. Mein Journal wurde aktualisiert. Kleines Geheimnis. Meemos. Meemos. Maitreid. Kein Ork. Kein Ork. Okay. Mein Journal wurde aktualisiert. Okay, und dann fragen wir eben die, Invitation, bla bla bla, Player of the Game. Ja, na gut. Game Pieces, bla bla bla, Spectator. So, und dann habe ich da doch alles. Goodbye. So, dann. Ich speichere ihn nochmal schnell. So, hol mir hier. Wir sind hier durch, ne? Wir sind hier echt durch, das heißt, das ist alles. Was jetzt? Willst du einen Drink, buddy? Hast du alles, was du willst? So long as it's... So long as it's... Sojama. Sojama? Three drinks, flaw. It's on the house. Only you gotta drink it here. Don't want you drinking and flying out there. Decline. Fine, you're the guest. Whatever you want. So, wie gesagt, ich hole mir nochmal einen Atronachen oder irgendwie sowas. Ich habe hier jetzt gespeichert an der einen lustigen Stelle. Komm, wir holen uns nochmal ein Skelett. Bam. Und... Wir holen uns einen Katana. Bam. Hm. So. So. Haben wir die erledigt. Und ich bin nicht mehr überladen. Das ist doch schon mal toll. Das Zeug ist also jetzt erstmal alles da drin. Ein Devil Tentor. Hm, das klingt eigentlich fast sympathisch. Wir bewegten das. Vier. Zack. Was hatten die da? Auch ein Devil Tentor. Bound Dagger. Ah ja, gut. Auf Wiedersehen. So. Die haben wir quasi erledigt. Ich speichere mal schnell. Die Daedra Typis, die haben wir erledigt, glaube ich. Gibt es hier noch was? Da ist ein toter... Toter... Schicks. Toter Ordinator. Toter Elite Ordinator auch noch. Hm. Ich gehe mal wieder auf meinen Fiend Katana. So, zack. 26 habe ich noch. Ich packe mich wieder weg. Was trägst du so rum? Du trägst Rüstung rum. Apropos Rüstung. Ich könnte wieder reparieren, vermutlich. Und ich habe gar nicht mehr so viel zum Reparieren. Oh, 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 oh. Naja, gut. Ist alles halb so wild. Weil ich ja eigentlich... Jetzt ja hier auch durch bin, vermutlich. So, hier ist alles leer. Die sind tot. Der ist tot. Das sind irgendwelche Magier. Wobei ich bei denen noch nicht so ganz wirklich verstehe, was die hier machen. Wollen die einfach nur die Daedra töten? Naja, gut. Hier ist auf jeden Fall auch nichts mehr. Wir waren in der Anti-Chamber. Linker Flügel, rechter Flügel, das haben wir alles gemacht. Wer piste'n du? Okay, das habe ich ja eigentlich gemacht, dachte ich. So, da sind von mir aus auch Daedra, Dingsbums, Beseitiger. Hier waren wir ja schon überall. Ähm, warte mal. Linker Flügel, rechter Flügel. War ich bei dem anderen linken Flügel, rechter Flügel schon. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich meine, ich müsste zurück. Ganz ehrlich, ich müsste ja eh zurück. Ähm, also nicht hier zurück, sondern eigentlich zurück zum Ding, weil ich eine neue Gesundheit brauche. Die sieht bei mir nämlich gerade ein bisschen... ...meh aus. Ja, ich speichere mal. Jetzt ist es final. Jetzt habe ich die Leute darum getötet. Ja, ich denke, ich war hier schon. Okay. Da geht's zum Äußeren Schrein. Ah, okay, man könnte ja auch diesen Bogen laufen. Okay, gut. Ich denke, ich war da schon. Ich habe bloß die Türen nicht gefunden, dass die so verbunden sind. Das ist in Ordnung, dann gehen wir jetzt zum Äußeren Schrein und dann gehen wir mal zurück. Und dann werden wir mal behaupten, wir hätten die Gegend gereinigt. Weil die anderen, die wollen ja bloß die Dädra töten. Und es ging ihr ja um Dädra. So. Das heißt, ich müsste eigentlich hier jetzt fertig sein. Sag, was du willst, aber geh weg. Wer bist du? Okay, auf Wiedersehen. Dann gab es doch da unten noch irgendjemand, der tanzen wollte. Du wolltest tanzen! Was ist denn? So. Okay. Ach ja, komm, stirb. Komm, dann, 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 dann. Das heißt, ich laufe jetzt über das Wasser quasi zurück. Okay. Und berichte von der Kunde. Und dann werden wir mal sehen, ob ich damit vielleicht das Spielendgültig verkackt habe. So, ich denke, ich werde noch mal ein paar billige Gehe... Äh, Geheim... Ach, verdammt, ich sollte ja eh schlafen. Bamm. Ich reste mal, bis ich geheilt bin. Wahrscheinlich werde ich aufgeweckt. Bis zum nächsten Mal.